Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die mit der Höhenschutz-Crew. Die liebeste Rantippity ist hier. Hallo. Der liebe Minias. Ach, ist er auch diesmal lieb. Ja, danke. Hallo, Bruder. Du nennst mich lieb. Ich brech dir die Zähne. Raus. Er brennt. Ja. So macht man das auch nicht. Die Feuerläuferin. Übrigens nicht wundern, hier steht eine Tür. Bei der Flucht zurück hier in das Schneegebiet hat mich ein Zombie verfolgt und ich wollte ganz schnell eine Tür hier vorne noch davor sitzen. Es hat nicht ganz funktioniert. Ich habe die Tür ein bisschen anders gesetzt. Ja, das ist ein Portal. Warte mal. Was machen wir denn jetzt? Überleben. Ja, gehen wir in eine andere Hütte, die ein bisschen sicherer ist. Jede Dach und so hatten wir halt schon uns angeguckt. Jetzt noch eine andere Hütte? Wollen wir uns noch schnell umgucken? Wer hat noch Schrotzenmunition? Ich habe noch zwei Schuss. Ich habe noch vier Schuss. Wo ist denn der Bunker? Hier, gegenüber. Dann lass uns doch in den Bunker gehen. Na gut. Gegenüber direkt. Wie viele Schuss haben wir? Hat jetzt jeder. Ich habe zwei. Ich habe vier. Du hast zwei. Vier. Vier. Jack, sag nichts. Er hat 65 in dem Fall. Ja, was auch sonst. Ich habe 57. Ich brauche Unterstützung. Hast du, hast du... Hat noch jemand Türen? Hat noch jemand Türen? Genau. Warte, ich gucke. Ja, 272. Hier, ich lege hin. Dann setz dich mal. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Taschenplatz. Ich auch nicht. Liegt. Okay, bin unten. Willst du Moped da... Ja, kannst du dann mal die Türen setzen? Mach ich, ja. Moped. Siehst du, ne? Moped. Jungs, setz mal um Türen, bitte. Türen werden gesetzt. Was ist Moped eigentlich? Und vielleicht ein paar Stacheln oder so davor oder so. Ja, das ist sehr stark. Ja, stimmt. Muss ich ja eigentlich nicht mehr erwähnen. Ich weiß, Wodan nicht. Darf nur noch einen Anschlag. Wodan ist super. Wodan ist super. Ohne Werte. Ohne Werte. Das immer geht so, aber naja. Na ja, was wir machen, ne? Das ist der Hammer. Äh, parkst du das Moped ein? Ja, ich wollte es nur mal hier zum Häuschen bringen, ja. Ja. Im Bunker im Schnee, neue Herausforderung, ne? Von Regen in die Raufe. Von Pest zu Cholera. Genau, was ist jetzt besser, ja? Ich glaube, ist jemand drin. Sentipity. Wo denn? Ich habe jemanden knurren gehört. Oder hart ausatmen. No, no. Könnte aber auch Omi sein. Meins ist Omi? Die sind oben. Was ist denn los? Geht's? Nie. Also ja, wahrscheinlich. Irgendwie. Was? Richtig gut ist nicht, sagen wir mal so. Hängt's? Ja, ja. Hier und da mal. Das ist komisch irgendwie. Du wirst aber auch nicht jünger, ne? Das darf man nicht verwechseln, ne? Hallo? Hallo? Hast du noch Forged Iron dabei, Schätzelein? Kann jemand, ähm, ne? Kann jemand von euch Stiefel herstellen? Fragst du mich nicht sagen? Ich kann Iron Boots herstellen, wenn du willst. Ja, aber machen die nicht kalt? Ja. Die kühlen, ja. Ich brauche etwas, was warm macht. Ich könnte, glaube ich, warte mal. Ein nur Heid Boots kann ich nehmen. Ich kann Leather Boots herstellen. Oh, das wäre cool. Ich habe, ähm, Leather Zeugs habe ich dabei. Könnte ich dir geben. Haben wir irgendwo Scrapped? Ach, wenn wir mich das hier auseinandernehmen, haben wir Scrapped, ne? Achso, Jack, ich soll dir sagen, bevor du das nächste Mal stirbst und ich bin dann hier, kannst du auch sagen, so, dann hilf mir. Achso. Ich kann mich nicht erinnern, das steht überall, äh, ich habe viel zu viel Scheiße in der Tasche. Ich habe viel zu viel Scheiße in der Tasche. Ich habe viel zu viel Scheiße in der Tasche. Ja, ja, dann müll dich doch hier in die, in die Cupboards. In die Cupboards. Gut, ich mache uns jetzt erstmal ein Feuerchen. Gut. Ich habe irgendwie... Äh, wie heißt nochmal der Steinkreis, bitte? Äh, Campfeuer. Ah, dankeschön. Mann, ich vergesse das immer, wie das heißt. Nennst doch einfach nur Feuer. Okay, ich mache jetzt hier rein, äh, trinken, essen. Könnt ihr mal hier ein Feuer anmachen? Ja, ich bin schon dabei. Warte, ich nehme jetzt... Kann mal jemand den Topf wegnehmen? Ich will die Info da rein. Oh, jetzt... Wo bist du? Was ist denn? Ich kriege nicht, nee, ich kriege nicht. Gut, ich mache schon. Warum auch immer? Ja, weil deine Tasche voll ist. Ja, hier hast du mal Leatherboots. Woher hier liegt. Ich kreuzig, was ist hier? Super, vielen Dank. Wow, da kommen welche. Der macht die Schüssel. Ja, kannst du mal kommen? Ja, kann jemand kommen? Cover me. Ja, komm mal. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe nichts. Ah, nein, ich komme hier nicht raus. Scheiße, warte. Ich habe nichts zum Ankokeln. Wer hat mein Holz? Scheiße, den habe ich da oben. Tuck mal halt, Wodan. Ich habe keine wooden Leather. Warte mal. Wooden Leather. Ich muss keine Leather machen. Wodan, nein, ich sterbe. Ich komme nicht rechtzeitig zu ihm hin. Scheiße. Ich habe nichts doch hier. Ja, das war nur der erste Schock. Die ersten sind auch gestorben in den Zweiks. Ich habe mich umgedreht und auf einmal waren da acht Leute. Ja, ich sehe sie. Hier sind sie, ja. Ein Bär mit einem Zombie. Ach du Scheiße. Da ist ein, ich glaube, da ist ein Zombie-Bär. Scheiße. Wodan, komm rein. Gib mir mal ein bisschen Munition, bitte. Ähm, hier. Na, warte. Hier. Ich habe krass gemerkt. Ich habe ein bisschen Munition. Oh, super, danke. Oh ja. Also, pass auf, ich erschieße ihn. Ich voll Profi, habe natürlich die Spikes woanders hingestellt. Wo sind die Leiter? Oh nee, brauche nicht hochgehen. Doch, die kommen doch hier rein. Warum hat denn keiner Türen gesetzt? Och man, echt, ihr seid solche Esel. Pass auf. Aber, der Bär regelt es, der Bär regelt es. So, hier ist eine Tür drin. Was denn? Ja, ist doch wahr. Ich mache es fertig. Ey, Jackie, geh hoch. Du hast die Munition. Geh hoch. Ich kann nicht hoch. Ich kann sterben weg, hoch hier. Warum? Weil ich bei 17 Grad bin, Mann. 17 Grad fahren halt. Holst du runter, dann mach ich sie platt. Na, kein Problem, nein. Immer auf den Kopf, ne? Immer auf den Kopf. Ich weiß, aber wenn mir da so ein Typ im Weg steht. Na gut. Wir wollen keinen Namen nennen. Jackie, was ist los? Warum ist die Hosen aus? Ich habe keine, weil ich keine Hosen habe. Du hast keine Hosen? Nee. Wie im Schneegebiet? Komm her, ich gebe dir eine schicke Hose in lila. Was ist jetzt? Nee, ich habe geprahlt in blau. Aber hier, liegt am Boden, hinter dir. Genau. Du hast keine, ja. Weißt du zumindest, welche Farbrichtung? So, jetzt mache ich jetzt oben noch eine Hedge rein. Plus 24 Grad, so. Warum komme ich diese Drecksleiter nicht hoch? Was macht der hier? Plus 1. So, jetzt aber. Plus 4. Richtiges Haus. Lass mich mal vorbei. Lass mich mal hier. Lass mich mal auf die Hütte. Ähm, ich brauche irgendwas, damit ich aufs Haus komme. Frames zum Beispiel? Habe ich. Ja. Ah, super. Bist du drin? Ich bin oben. Hier, warte. Ich mache noch ein paar Doors. Super, danke. Bitte. So, jetzt. Wie lauhen wir denn? Ich nehme den Bär. Oh, ganz knapp vor Rush Hour. Was denn jetzt? Sache ist im Weg, verdammt. Wird knapp, Jungs. Vorsicht, Spikes. Oh, bei mir. Nein, das Ding weg. Ich muss den Türrahmen rausschlagen. So, warte. Okay. Nimm die. Nein, weg. Mach die Tür zu, ich erschieße jetzt den Bär an. Was? Okay, okay, er ist tot. Tot. Guck, läuft. Ich habe ihn erschossen. Ja, eben. Das macht ja nichts. Ist doch egal, wer ihn erschossen hat, aber er ist tot. So, jetzt zu. Das ist tot. Habt ihr was zum Auseinandernehmen? Wie denn? Ja, um den auseinanderzunehmen. Ja, ja, nee. Da ist ja eine Mitter. Ihr sind, kommt mal kurz bitte. Ich brauche eine Stützung hinten. Hier ist ein Vitter. Bitte reinkommen. Wo drin? Reinkommen. Jetzt schnell. Okay. Hau rein, komm auf. Bist du so weit? Ja, okay. Ja. So. Das war schön. Dann macht die Tür öffnen. So, warte mal. Haben wir noch Holz schnell, ein bisschen Runde. Ja, habe ich hier. 21, 23. Aber ich brauche noch ein bisschen Fügel. Genau, Spikes. Wisst ihr eigentlich schon, was in jemandem für ein Laden ist? Könnt ihr 1.000 geben. Wir wissen nicht. Ich bin erschlagen worden durch den Baum. Oh, fuck you. Das ist ja was ganz Neues. Lass dir mal was Neues einfallen. Durch was? Bin ich verblutet? Oder bin ich im Baum erschlagen? Ach, nee. Durch so ein kleine Ding. Den fange ich doch mit dem kleinen Finger auf. Ach, Kinnas. Ach, Minas. Was ist da los? Wie war deine Wellness? Auf 100 schon? War sie wieder auf 60? Nee, nee, nee. Die war auf 60 oder so. Also das ist kein Verlust. Ach, nee. Durch den schissen Baum. Jetzt ist die Frage, wo du spawnst. Ja, natürlich zu Hause. Gut, old. Natürlich zu Hause. Wo sonst? Ja, dann gehe ich mal aufs Klo. Geht man zusammen? Och, nö. Ah ja, eigentlich sind wir nur hier, um das Star-Rezept zu finden, ne? Ja, ne? Eigentlich machen wir ja hier nur ein... Och, Mann. Schöne Loot-Tour. Ja. Schon wieder diesen Weg. So, ist jetzt auch elendig lang, ne? Nee. Nee, nee, ist in die Ecke. Ich scrolle mal kurz raus. Hat noch jemand eine Leiter einstecken? Naja, nicht. Da oben. Was ist mit dir? Jetzt los? Alles okay, soweit? Wenn ich jetzt kurz mal einen Quick-Rave-Point setze, 5,4 Kilometer. Das ist praktisch schon die Ecke. Praktisch. Ich bin grad hier. Och, vom Baum erschlagen. Ast, Minas. Ein Ast. Ich übertreibe nicht. War nicht schlimmer, das ist. Haben wir genug Federn oder so? Haben wir noch irgendwie... Oh, ich muss unbedingt ans Feuer. Das brennt schon unten in der Küche. Das Feuer bringt gar nicht so viel, ne? Ja, wenn man natürlich Fenster und Tür offen lässt, nicht. Meinst du, das liegt da? Ja. Ich schon. Naja, also, dass die das auch soweit programmiert haben, das dachte ich jetzt. Shit, ich hab, glaub ich, mal einen Schlafsack aufgenommen, mit dem ist der Schlafsack. Nee, kann ja nur meiner sein, ne? Bin zu Hause. Bin da, wenn auch. Ah, schön. Ach, das war ja super dumm. Naja. Nee, meins war schlau. Ich hab das super gemacht. Ja, nee, ich hab hier auf ne Kiste gehackt, die eigentlich schon gar nicht mehr gehackt werden hätte müssen. Wir haben keine Fehler. Was mach ich jetzt hier zum Ende der Folge? Elf Minuten? Typischer. Ja, bei mir war's das heute. Könntest du mal aufrollen. Könntest du mal anfangen, Kisten zu sortieren, damit du weißt, wie das ist? Ja, nee, das ist spannend. Ja, mach das. Ja. Nee, Mann, meins. Es ist nicht spannend. Oh, oh, jetzt haben wir das angefangen. Oh, oh. Elf Grad? Also schalte ich jetzt bei den anderen ein. Ich find das total beschissen, dass du nicht mehr sehen kannst, ob du ein Rezept schon kannst oder nicht. Wann, kannst du Essen einstecken irgendwie? Mit Beeren? Ja, du müsstest das vorher suchen, dann könntest du das irgendwie rausfinden, ja. Ja, das Sniperrezept siehst du aber nicht. Du siehst aber nicht, ob ich die Sniper kann oder nicht. Das ist ein bisschen unglücklich. Das ist ein bisschen unglücklich, da hast du jetzt eine Rechte. Ein bisschen unglücklich hier. Ein bisschen unglücklich. Gewählt. Gruselig. Trotzdem Hunger. Wer hat was? Du? Ich hab was in meinem Rucksack vor der Tür. Warte. Hier ist doch ein Dings drin. Parrot Meat? Du, ich hab mich aber, glaub ich, irgendwie in die Kiste unterkauft. Oh nein, ich hab Roßfleisch gefressen. Oh nein, wir bleiben alleine. Alles klar, ich rapsche mal den Graben aus. Oh nein. Wie repariert man? Kann ich keinen Crossbow oder was? Hab ich das nicht gelernt? Den kann ich. Den kann ich. Oh nein. Hat er von mir abgelassen jetzt? Oh, Flaming Arrow. Weiß ich gar nicht, ob das schon kann. Wahrscheinlich schon. Aber naja. War das auch schon? War das auch das einzigste Fleisch, was du jetzt gegessen hast? Ja, es war ein Stück Fleisch, doch. Ist sie jetzt tot? Sie wird jetzt langsam dehydrieren, denke ich mal. Nee, nee, ist alles wieder gut. Hm. Wo ist Minas' Rucksack? Sieg direkt geradeaus vor der Tür ein Stück in den Wald rein. Also, okay. Oh, ich werte mal ein bisschen auf, ne? Oh, warte mal rein. Scheiße. Oh, Scheiße. Ja. Der bleibt aber bestehen jetzt, oder? Ist es neuerdings so? Kann das sein? Ja, bitte. Ich hoffe. Ich will der jetzt nicht irgendwie was kaputt machen. Nee, das passiert nicht. Ich fackel mal ein paar Frames ab hier, damit es hier schön warm bleibt in der Bude. Ich glaube, du hast es in der Tür. Ah, hier ist noch eine. Da müsste auch was zu essen sein, oder? Oder habe ich es in... Nee, nee, die Dose habe ich nicht gesehen. Okay, alles gut. Nee, es müsste auch Fleisch da sein. Ich habe gegrilltes Fleisch mitgenommen von unten. Grilltes Fleisch. Mhm. Dann hast du es wahrscheinlich... Nee, der ist... Nee, okay, ich habe das auch wehersen, glaube ich. Na, Mann, ey. Erst tummelein. Hast du es aus meinem Rucksack rausgenommen? Achso, das hast du aus der... Ah. Ah, fuck. Wo kriegen wir jetzt? Haben wir irgendwo Scrap-Ei noch? Ist jetzt nicht wahr. Ist jetzt nicht wahr. Ist jetzt nicht wahr. Ist jetzt nicht wahr. Das Problem ist jetzt nicht zu erfrieren, da. Ihr seht nicht. Oh Gott. Mal die Iron-Rostung ausziehen, ne? Oder oben stirbt was, oder? Nee, nee. Fast. Ah. Ich warte mal ein bisschen auf. Zu Hause so, ne? So. Nein, ich brauche noch eins. Oh nein. Oh nein. Wir bräuchten noch ein Stück Leiter. Mach ich gleich. Moment. Das ist ganz toll. Wo war ich jetzt gerade? Was wollte ich gerade machen? Ach, ich wollte oben die Tür verstärken. Äh, Stück Leiter. Mit L. Echt jetzt? Hattet ihr echt überlebt gerade? Ja. Das ist ja nicht überlebt. Ein Hälftpunkt. Wahrscheinlich verliert ihr ihn durch Hitze jetzt gleich. Okay. Gerne. Gerne. Arsch. Oh, wo soll ich denn die Leiter? Ich mache die mal hier unter der Spüle, in den Spülschrank rein. Du kannst eine Kante setzen. Nee, ich bin voll. Du hast sie doch gerade hergestellt, oder? Ja. Ja, und wenn du sie hergestellt hast, kannst du sie doch auch setzen. Nee. Hä? Ich wollte es jetzt nicht verlieren hier alles. Mach das mal hier rein. Oh, hier ist wenigstens ein Blut. Trinke ich halt Blut. Was ist das für ein Barren, den er mir anzeigt, wenn ich so eine Stahltür noch verstärken will? Ach, das ist Stil, ne? Oh, rech. Hä? Warte, nu. Hi. Hi. Will mich hier an das Feuer stellen, hat da jemand ein Problem mit einem? Ähm, da ist eine Hose im... Wo denn? Im Jack. Ich habe noch schon eine gegebene Hose. Im Jack. Ja, die Heiden muss ich leider jetzt gerade verarbeiten. Warum? Weil ich nur noch einen Helfpunkt hatte und keine Bandagen. Oh, ich habe Bandagen. Im, äh, in der rechten hier. Du hast jetzt nicht die blaue Hose verscrappt. Ja, es liegen zwei blaue Hosen drin. Ihr zirft heulen auf. Hört jetzt auf zu heulen, Mensch. Mann, 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 Mädchen. Mann, aus Tierleder. Wo denn? Rechts unter dem... Stell mal gerade vordern vor, wenn wir so einen abgezogenen Hasen an jeder Hand. Ja. Ähm, kannst du Lederhandschuhe herstellen, Wodan? Ja, aber richtig schlechte. Ist mir egal. Willst du welche haben? Ja, warte mal, ich könnte welche machen und zwar relativ gute. Soll ich dir, soll ich dir, ähm, Leather-Dings geben? Nee, ich habe noch. Jetzt, jetzt noch zwei. So, warte. Drei, zwei. Ach, jetzt verlege ich doch tatsächlich die Helf, die gerade eben noch. Da. Hier. Liegt. Haben wir irgendwo Gray in Alkohol? Ja, äh, da wo du draufstehst. Auf seinem Weg um das Kämmer. In der Tat. Verlassen. In der Tat. Von den Kollegen. Wissen wir das jetzt? In der Ferne. Nein, ach, fuck, jetzt habe ich hier Alkohol drungen. Das war ja super doof. Ja, das passiert manchmal. Ach, Mann, ich wollte so ein Recipe trinken. Das ist halt scheiße hier. So, wo ist jetzt die verdammte Hose? Ich nehme mir gerade so Party vor, weil es... Oh, Mist, jetzt habe ich Alkohol getrunken. Hier, da... Hier, in dem Schrank, wo ich draufste. Habe ich, habe ich, danke, danke, danke. So, ich habe Hunger. So, aber wenn das jetzt hier nichts wird, so... Guck wie ich aussehe. Plus 42 Grad. Du siehst ein bisschen durch aus. Was ist mit dir? Spulen Sie bitte jetzt vor. Sieht aus wie... Wie Daryl, oder? Ja. Also, du hast bei mir... Also, du hast bei mir eine Schrotflinte durch den Körper übrigens durch. Durch die Nase? Durch die Nase. Oh, nicht. Er ist fuck hier. Das war doch klar. Was ist denn jetzt passiert? Er ist gestorben in Feuer. Er will mir Gesellschaft leisten. Oh, Jack, du bist echt einer Freund. Moment, wie aber noch hier steht. Ach, Mist. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, äh, Piddyple. Jack, bist du auch da? Ja, wo dann jetzt sind wir alleine? Die Hordel... Ich freue mich. Ich mich auch. Es ist total spannend gerade hier. Ja. In unserem Stachelbärfeld. Ich bin gerade an der Front. An der sogenannten. An der Front. An der Front. Ich gehe vorwärts. Das ist kein Feind zu sehen. Gott. Warum erfriere ich denn jetzt schon wieder so eine Trickscheiße? Aber ich komme runter zu einer gemeinsamen Poolparty. Guten Tag. Sie auch hier? Nackt. Nackt. Und die Schrotflände in der Hand. Was ist denn jetzt hier? Hier hältst du die Schrotflände, die schwebt wieder neben dir. Kannst du nochmal wechseln? Verbreite. Hast du eine Hexe? Jetzt geht's. Na, Rasta, Mann. So, ich mach uns mal ein paar Sachen hier. Mach mal Schrotzenmunition fürs Zurückrennen später. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Haben wir hier Sachen zum Schrotzen? Um 4 Uhr rennen wir los. Oh, warte mal. Haben wir was zum Losrennen? Ich hätte 3 Kohle dabei. 2000 Holz und 43 Forged Iron. Das ist gut. Ja, wir sind am Ende einer Folge, ne? Echt jetzt? Ja, wir machen heute mal 19 Minuten. Ist schon soweit. Bevor wir vor Spannung noch hier... Ja. Na, so. Ja. Oder bitte. Kommst du offline zu uns gerannt, ne? Willkommen offline, definitiv. Ja, eine Folge ziemlich kalt hier alles. Aber, naja, gut. Ne? Lasst einen Kommentar auf den, wenn es euch gefallen hat. Ich hab Kaffee zum Hochrennen gefallen hat. Und, ja. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. 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 Bis einem Happy Friering. Tschö.